Da hätte ich mal einen Meinungsverstärker, der legal ist, aus meinem Auto geholt und in einen über Dürz gehauen, was aber bei so einem großen Tier, da musst du... Ne. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich hätte zu dem Kollegen gesagt, gib mir die Schlüsse von deinem Auto, was sowieso schon Schrott ist, ich fahr nochmal rüber. Das hätte ich gemacht. Ich wär nochmal rüber gefahren. Er gibt mir mein... Schallspiel! Typisch Weiber-Scheiße ist das, ganz einfach so. Es ist keine Weiber-Scheiße, es ist Weiber-Kram. Die ganze Nacht durchquatscht, es ist Weiber-Scheiße, kannst du mir erzählen, was du willst. Finde ich cool, ja. Ja, finde ich auch. Auch das mit der Freundin hätte man weglassen können, das hat einfach so einen faden Beigeschmack. Einer schreibt, die Freundin wird auch nicht komplett gefesselt, sondern nur an den Titten abgebunden an einem Baum. Ja. Also warum man das mag, dass jeder so wie er Lust hat... Ich finde viele sexuelle Sachen wirklich richtig geil, viele von den Sachen, die er auch nicht geil findet. Grüße gehen raus an Jappi. Aber fesseln bin ich auch kein Freund von. Keine Ahnung, was man daran mag, aber wenn die Leute daran Spaß haben, ist auch in Ordnung. Aber darauf zu schließen, dass Mimi im Sadist und Psychopath ist, weil er seine Freundin alle Titten am Baum fesselt... Ne, da bin ich nicht dabei. Ja, bin ich... Das finde ich gut. Guck mal. Oh. Guck mal. Das ist gut. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Vielen Dank.